Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen das bekannte Geburtstagslied Viel Glück und viel Segen. Schauen wir zuerst auf die Noten. Das Lied steht in C-Dur, endet hier auf dem tiefen C und es steht in einem Dreivierteltakt. Es beginnt mit dem Auftakt auf die 3. Viel Glück. 3, 1, 2, 3. Ich mache ein paar Striche. Wir machen die Abschnitte Viel Glück und viel Segen. Ich mache hier einen Strich. Auf all deinen Wegen Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Das sind unsere vier Abschnitte. In dieser Reihenfolge üben wir das Lied ein. Kommt her, wir fangen an. Der zweite Finger liegt auf dem G1. G, 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 C, G, A, F, A, A und wieder G, C und der Daumen geht zum E, G. 2, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 5, 1, 2. Nächster Abschnitt auf all deinen Wegen. Daumen geht zum C, 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 G, C, G, C, A, C, G, H, F, C, E und E, G. Nochmal mit Fingerzahlen auf all deinen Wegen. 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 2, 4. Nächster Abschnitt Gesundheit und Frohsinn. Der gleiche Abschnitt mit Zahlen 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 2. Und der letzte Abschnitt sei auch mit dabei. Wir spielen C, G, C, F, E, C, D, gleichzeitig H, D und zum Schluss ein C. Der gleiche Abschnitt mit Zahlen 1, 5, 1, 4, der dritte Finger 1, 2, 1, 2 und ein C. Inspied der Apostel mit dem Daumen. Ich spiele von vorne die rechte Hand mit 2. Finger auf G. 2, 5, 1, 2, 1, 2, Wechsel, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 3, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4, 5, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 3, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 2, 3, 5, 4, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 4, 5, 3. 1, 4, gleichzeitig 1, 2, 1, 2. Gut gemacht bis jetzt. Drück auf Pause und spiele 3-5 Mal die rechte Hand für dich alleine. Wenn du soweit bist, spielen wir jetzt miteinander die linke Hand. Der Daumen liegt auf dem kleinen G. G, F, E, C, F, E, C. Das war der erste Abschnitt. Nochmal. 1, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Zweiter Abschnitt. E, F, E, D, C, C. Und der dritte Abschnitt, Gesundheit. Der Daumen geht jetzt auf die schwarze Taste B. A, E, F, E, C. Es gibt keinen idealen Fingersatz. Ich spiele jetzt das B mit dem zweiten Finger. 1, 3, 2, 3, 5. Und der vierte Abschnitt. Jetzt gehe ich mit dem dritten Finger runter aufs B. Moment, dass ihr wieder im Bild seid. 3, A, S, E und C und E. Wir spielen nochmal die zweite Linie mit Auftakt ab dem Wort Gesundheit. Zweiter Finger auf B, Daumen auf A, E, F, E, C. Dritter Finger geht rüber. B, A, F, E und C, E. Wir spielen nochmal nur die linke Hand von vorne bis hinten. Zweiter Teil, E, F. Sprung zum B mit dem zweiten Finger. 1, drüber gehen. Spielt auch die linke Hand ein paar Mal für euch alleine. Und wenn ihr euch sicher fühlt, dann spielen wir beide Hände miteinander. Okay. Zweiter Finger liegt auf G, links liegt der Daumen auf dem G. Erster Abschnitt. Ja. Nochmal. Zwei, fünf, rechts, zwei, vier. Und bei vier, zehn. Jetzt wechsle ich in der rechten Hand auf eins, vier. Ich springe mit der linken Hand mit der zweiten aufs B. G, Gesamtheit und F und Sinn. Ich gehe drüber. F, links, E und E, C. Gut gemacht. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde. Herr Ingespter. ENDEIN